Hi liebe Camperfreunde, wir sind gerade auf Rumöl angekommen und hier kann man mit dem Camper direkt am Meer stehen. Guckt euch das mal an. Hier direkt ist das Meer da. Ist das nicht super? Schaut euch das mal an wie viele Camper hier stehen. Einfach kostenlos und dann gibt es da hinten noch einen Campingplatz. Da kann man übernachten für 48 Euro. Zwei Personen mit Hund. Super. Alles ist dabei inklusive. Ich schicke euch die Adresse. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.